Musik Da kommen ein Kindle голов doctor. Immer von Tag zu Tag besonderen Kindern mit. Und die dürfen dann am nächsten Tag erzählen, welche kleinen Glücksmomenten die nun sich erlebt haben. Zum Beispiel das Lieblingsessen oder das vielleicht Erfreuen vorwohlen oder sowas. Da sammeln wir Glücksmomente und da haben wir halt so Streifen gehabt. Und dann haben wir unsere Glücksmomente aufgetrieben und dann haben wir die halt da eine, also dann haben wir so einen Streifen zerschnitten und dann haben wir so eine da. Das ist mit meiner Familie auch viel gemacht. Dass man Spaß hat und dass man anderen hilft. Wir helfen eigentlich ganz gern, wenn man Hilfe braucht, einfach dann zum Beispiel, wenn der Pause vielleicht hingefallen ist. Beim Bühnen und beim Reisen, da haben wir dann viel Spaß. Da hat man auch so ein gutes Gefühl dabei. Ich mache selber Ihre Schule zu werden. Gut.